Wir schreiben das Jahr 2016, Rollerfahrer sind rar geworden, seitdem die Simson Gang auf Streifzug durch Ostdeutschland unterwegs ist. Aber wieder einmal verirrten sich zwei Rollerfahrer auf das Außengelände der Simson Gang. Doch seht selbst, was dann geschah. Musik 27 Kilometer gefahren. Grandios. Ah, der Rücken. Komm, wir trinken noch einen. Ah, es war Zeit. Ah, das Wahre. Lecker Milch. Ich hab hier aber auch ein Visier. Was macht ihr auf unserem Gelände? Ein Glück hast du dir wieder so einen Roller geholt. Diese Simson. Diese Schalten. Ja, das Schalten war einfach zu aufwändig. Das Schalten. Das Schalten. Das Schalten. Das Schalten wird bald wieder. Ganz schnell. Ich hab nicht viel Zeit. Die Uni hoch. Was macht der scheiß Roller da? Jungs, einsetzt. Das Schalten. Jetzt wird es immer doller. Das Schalten. Das Schalten. Das Schalten. Das Schalten. Das Schalten. D Suchf. Das Schalten. Ich glaube, ich habe da vorne was gesehen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Da kann man nur sagen, ausschalten. Ja gut, und Feuer! Ey! Ich hab so scheiß lecker. Ich bin ja nicht hinter mir. Einsatz! Was? Zu. Wie? Drei, zwei, eins! Feuer! Tschech spielen jetzt aber mal. Treffer, Jungs! Treffer, sehr gut! Ja, gut! Ja, gut! Ja, gut! Ja, gut! Ja! Let's go! Ja, gut! Ja, gut! Von Godbett bis LKW, alles war vorhin okay Auch an einen Umschrauber der Bundeswehr Erschraubte her, alles kein Problem Das kriege ich schon hin, das sagte er jedes Mal Denn sein Wille war aus Stahl Erschraubte, erschraubte von früh bis in die Nacht Hatten...